Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es mal um einen Rotfußröhrling und zwar den falschen oder auch düsteren Rotfußröhrling. Warum die Art so heißt wie sie heißt, wo und wann man die Art finden kann, wie es mit Speisewert, Verwendbarkeit, den typischen Verwechslungspartnern, den Kernmerkmalen und natürlich auch einer ausführlichen Beschreibung aussieht, das erfahrt ihr in diesem Pilzporträt. Auf geht's! Der falsche Rotfußröhrling ist ein Symbiosepilz und kann im Laub- und Laubmischwald gefunden werden. Wir haben unseren Fund in einem Eichenbuchenmischwald gemacht. Insgesamt wird der falsche Rotfußröhrling als vergleichsweise selten beschrieben. Auch bei uns in der Region sind vor allem der stattliche und der echte Rotfußröhrling zu finden. Hauptsaison dürfte der falsche Rotfußröhrling vor allem vom Sommer bis in den Herbst hinein haben. Insgesamt gefunden werden kann die Art aber je nach Witterung vom Frühsommer bis in den späten Herbst hinein. Wie sieht's denn mit den Kernmerkmalen aus? Der falsche Rotfußröhrling kann vor allem über die folgenden Kernmerkmale erkannt werden. Die typischen Rotfußröhrlingsmerkmale. Huthaut filzig, rötliche Hutunterhaut, gelbliche Röhren, fleischweißgelblich bis gelblich mit mildem Geschmack. Stiel zur Stielbasis hin sehr dunkel, grau-schwärzlich gefärbt. Auffälliges Blauen im Stielbereich im Schnittbild, das vergleichsweise schnell wieder verblasst. Auch das Fleisch ist vor allem im Bereich der Stielbasis vergleichsweise dunkel. Grundsätzlich schon irgendwo gelblich, aber grau-schwärzlich verfärbt. Wie sieht's denn mit dem Speisewert aus? Insgesamt haben Rotfußröhrlinge aus meiner persönlichen Sicht eher einen geringen Speisewert. Junge Exemplare sind für Mischgerichte zwar durchaus brauchbar, sollten aber auch nicht im Überfluss zum Einsatz kommen. Besonders ältere Exemplare sollten in jedem Fall im Wald bleiben, da mit zunehmendem Alter nicht nur die Anfälligkeit für Schimmel zunimmt, sondern auch die Qualität deutlich abnimmt. Weil wir schon beim Thema Qualität und Schimmel sind, wie alle Rotfußröhrlinge sollte auch der falsche Rotfußröhrling unbedingt nur ganz jung für Speisezwecke gesammelt werden. Rotfußröhrlinge und Filzröhrlinge sind extrem anfällig für einen Goldschimmelbefall, was dann im Nachgang zu einer Lebensmittelvergiftung führen kann. Man sieht's immer wieder, gerade in den Pilzgruppen auf Facebook, teilweise werden schon komplett verschimmelte Rotfußröhrlinge gesammelt. Ja und das ist dann wirklich gefährlich. Junge Exemplare bzw. auch makellose Fruchtkörper, die definitiv keinen Schimmelschaden aufweisen, können wirklich in Mischgerichten ohne Probleme verwendet werden, aber man muss halt schon ein bisschen sorgfältig vorgehen und sollte vor allem davon Abstand nehmen, alte, teilweise schon matschige Fruchtkörper für Speisezwecke zu sammeln. Kommen wir nun zu einer detaillierten Beschreibung. Der falsche Rotfußröhrling erreicht einen Hutdurchmesser von bis zu 8 cm. Die Hudoberseite kann verschiedene graubräunliche bis dunkelbräunliche Farben annehmen. Typisch ist die filzige Hudoberfläche und die rötliche Hutunterhaut, die beim falschen Rotfußröhrling meist nicht ganz so deutlich ausgeprägt ist, wie bei anderen Arten aus gleicher Gattung. Auf der Hutunterseite befinden sich beim falschen Rotfußröhrling gelblich gefärbte Röhren. Wie bei allen Rotfuß- und Filzröhrlingen sind auch die Röhren des falschen Rotfußröhrlings extrem schimmelanfällig. Auf Druck können die Röhren schwach blauen. Der Sporenpulver ist olivbräunlich gefärbt. Am Stiel befindet sich beim falschen Rotfußröhrling meist ein Farbverlauf von gelblich an der Stielspitze über rötlich in der Stielmitte bis zu grau-schwärzlich an der Stielbasis. Besonders diese dunklen, grau-schwarzen Farben zur Stielbasis sind für die Art charakteristisch. Zur Stielbasis hin kann der Stiel auch etwas verdickt ausfallen. Der falsche Rotfußröhrling besitzt insgesamt schmutzig-gelbliches Fleisch, das vor allem im Stielbereich im Schnittbild stark zu blauen beginnt. Das Blauen ist aber meist nur von kurzer Dauer und verblasst relativ schnell. Auch das Stielfleisch ist an der Basis häufig eher grau-gelblich gefärbt. Der Geruch fällt unbedeutend und die Geschmacksprobe angenehm mild aus. Wie sieht es denn mit den typischen Verwechslungspartnern aus? Typischerweise verwechselt wird der düstere Rotfußröhrling mit anderen Rotfußröhrlingsarten, wie zum Beispiel dem echten oder auch dem stattlichen Rotfußröhrling. Aber auch mit anderen Röhrlingsarten wären theoretisch Verwechslungen möglich. Der echte Rotfußröhrling zeichnet sich vor allem durch sein deutlich rötlich gefärbtes und kaum bis nicht blauendes Stielfleisch bzw. die dann doch eher zierlicheren Fruchtkörper aus und gehört sicherlich mit zu den häufigsten Vertretern aus der Gattung der Rotfußröhrlinge. Der stattliche Rotfußröhrling zeichnet sich durch seine meist dann doch eher etwas größeren, stattlicheren Fruchtkörper und sein überwiegend gelbliches Stielfleisch aus, das durchaus auch mal etwas blauen kann. Auch der stattliche Rotfußröhrling ist sehr weit verbreitet und sehr häufig zu finden. Weitere Rotfußröhrlingsarten wären dann zum Beispiel noch der relativ seltene stark blauende Rotfußröhrling mit mehr weißlichem bis maximal hellgelblichen, dafür aber stark blauendem Fleisch oder vielleicht auch noch der Uferrotfußröhrling, der vor allem in Auwäldern zu finden ist und oft mehr rötliche Hutfarben und an der Basis rötlich punktiertes Stielfleisch besitzt. Weitere Verwechslungspartner wären dann sicher auch noch die Ziegenlippe, der braune Filzröhrling, der Eichenfilzröhrling, vielleicht sogar der Maronenröhrling oder auch der blutrote Filzröhrling. Diese Arten besitzen zwar teilweise durchaus ähnliche Formen, sind auch Röhrlinge, ähnliche Farben, ähnliche Größen, ähnliche Habitatsansprüche, befinden sich aber in anderen Gattungen und zwar zum Beispiel den Filz- oder auch den Gartenfilzröhrlingen. Insgesamt ist bei der Bestimmung von allen Filz- bzw. Rotfußröhrlingen eines immer super wichtig. Fruchtkörper bitte nicht abschneiden, sondern komplett entnehmen und ein Schnittbild inklusive der Stielbasis anfertigen. Entscheidend ist gerade bei diesen Artengruppen nämlich weniger die Hut- und die Stielfarbe, sondern vor allem oft die Fleischfarbe und das Verhalten bei Verletzungen, also zum Beispiel kein Blauen, starkes Blauen, schnell verblassendes Blauen und so weiter. Ich hoffe mal, dieses kleine Porträt zum falschen Rotfußröhrling hat euch weitergeholfen und euch vielleicht etwas den Einstieg in die spannende Welt der Filz- und Rotfußröhrlinge eröffnet. Wenn man Filz- und Rotfußröhrlinge jedes Jahr immer wieder zu Bestimmungszwecken sammelt, dann bekommt man oft einen sehr, sehr guten Blick dafür, welches Erscheinungs- bzw. vielmehr Schnittbild zu welcher Art passt und so ist es wie immer, Übung macht den Meister. Ich drücke uns allen die Daumen, dass 2024 ein ganz, ganz besonderes, spannendes Rotfuß- und Filzröhrlingsjahr wird und uns allen ganz, ganz viele Erstfunde aus beiden Gattungen gelingen. Habt's alle eine tolle Zeit und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.